Keine Bewegung, ich bin unbeloffnet. Mir fällt gerade auf, dass du gar keine Kiste hast. Mir fällt gerade auf, dass du aus meinem Zimmer raus musst. Guck mal. Was sind die erschienen? Magic, wo hab ich die denn her? Keine Ahnung, es muss so einen magischen Kistenraum geben, wo alles Mögliche der Welt drin ist. Ja, gecheatet natürlich. Genau. Komm, wir jetzt die Pornemagazine, was? Nein. Ich mach an der Tür schrott, ich mach's immer auf und zu. Alter, ich würde eine Maus klicken. Ich wollte nur eine Tür aus den anderen Leben. Erst mal diesen Kacksanstein hier im Weg, ey. Wir hatten den Kacksanstein hier hingebaut. So, ähm... Aus was mach ich denn jetzt eigentlich, das Ding hier? Ah, Überfall! Oh, Alter, ich hab totalen Schreibfehler gerade eben, ey. Hier muss ich auch noch alles mit Wolle auslegen. Wir müssen allgemein den Boden... Ach, hier ist ja schon der Boden gemacht. Ja. Mach dir eine verdammte Tür zu. Du hast mir gar nichts zu sagen, ja? Du bist die Fliege hier im Haushalt. So, wenn ich jetzt drüber... Nein, ich wollte nochmal aus dem Bett gehen, wegen die... Mann, du... Alter, warum gehst du durch mich durch? Das geht so mal gar nicht. Tja. Komm, baue ich jetzt den Tunnel nach drüben. Ein bisschen zügiger, wenn's geht. Du hast mir gar nichts zu sagen. Hm, genau. Was macht das Eisen? Eisen ist fast fertig und Stone brennt immer noch. Sei froh, dass ich damit beschäftigt bin, mein Lachfleisch unter Kontrolle zu kriegen. Meine Güte, krieg dich ein, Mädel. Fick dich. Ähm, wo mach ich da? Hier, ich hab ja noch 43 Federn. Willst du eine Feder? Ja. Kann ich mich selbst... selber kitzeln. Das findest du geil, ne? Hm. Da steht er drauf. Der Haspro. Ja. Ähm, aus was baue ich jetzt die Brücke, Mensch? Da gibt mir jetzt meine Feder. Ey, geh in die Kiste. Ja, okay. Ich geh in die Kiste. Falsche Kiste. Och, Mann, ey. Auf der anderen Seite. Links. Weiterhin noch eins links. Ja, die. Wow, 54 Federn, alles meins. Hm, wirst du gelitten. Äh. Hä? 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 Mann, du bist für Waffelbiss und Fär. Der Spitzacke. Nicht, ich... was ich da drinne. Und zwar... Ah, eine Kiste. Mit einem Kürbis. One minute. Komm her, ich hab'n Kürbis. Hey, du Mann, du hast doch gelitten, Junge. Kürbis. Ja, ich hab'n wieder zu viel getrunken, tut mir leid. Nimm das. Okay, hab's aufgesammelt. Okay. Könntest du in der normalen Welt Day machen? Fragezeichen, Doppel-D. Aua. Nur weil ich jetzt... Spitzhacke voll in den Kopf. Oh, 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 Alter, aus Blut. Joko-Schmerzen. Oh. Oh, aus was baue ich jetzt die Brücke, Alter? Ich hab' gerade Talen... Aus Kohlenstein. Na, sag mal jetzt, äh... Mh, Holz. Ah, ne, jetzt haben wir zu wenig, ähm... Stein. Brauchst du ja. Na, schschsch... Ja, könnten wir erstmal Stein machen. Ich hab' ja jetzt hier drüben, das dürfte fast reichen. Ähm... Das könnte reichen. 64 und 4 hab' ich jetzt, äh... Wuch. Okay, die Treppe ist hier irgendwie scheiße. Nee, das hat mir vorbeigelaufen. Weil, ich erwischt. Äh, boah, ich kann nicht mal loswerden, ey. Und bleibt nicht so lange draußen. Ich hab' du gehört. Das musst du sagen, du verläufst sich doch andauernd. Immer meine Schwächen aufgreifen, ne, immer auf die kleinen, ja. Immer die, die kein Skin haben. Ja. Oh, scheiß verbaut. Ich beobachte dich. Ich muss jetzt meine Brücke weiterbauen. Ja. Würde ich auch mal sagen. Das ist ja gar nicht fertig, ey. Wofür bezahl ich dich denn? Wofür bezahlst du mich nicht? Fürs Herumstehen. Nein, ich meine, du bezahlst mich ja nicht. Also, wofür bezahlst du mich nicht? Naja, fürs Herumstehen bezahle ich dich nicht. Voll ins Gesicht. So. Geil, ich hab' kein Glas mehr. Juhu. Vielleicht nur wieder Sand fahren gehen, darauf hab' ich auch keinen Bock. So, ähm, ich glaub' der Stone recht doch nicht. Gibt's vielleicht noch irgendein Thema, was wir ansprechen könnten, ohne gleich in die Klapsmülle zu landen? Nö. Boah, ich hab's geen Bock, die Brücke zu bauen, das ist mir jetzt grad zu doof. Ich bau' den Teil hier vorne noch. Ja, so beginnt man an LP. Total organisiert. Ja, wir haben mal raus. Was wollen wir mehr? Ja, aber es sagt der, der gerade keine Videos hochlädt. Also, ich hab' gemeint. Ja, ja. Wurde grad sagen. Ja, ich kann nicht. Mann, ey. Ich würd' ja so gern. Würde ich auch sagen. Ähm, ja, der Stone recht wirklich nicht. Nur mal runter in den Keller gehen. Lalalala. Sag mal, wie wird der, ähm, Minecraft eigentlich angeschoben? Ähm, mit Boosterschienen. Achso. Welch fühl mich dann nicht so aus? Wir haben keine Boosterschienen. Ja, ich hab' nur noch 44 Holz, das reicht niemals. Das ist das Problem, dass wir keine Boosterschienen haben, aber wir haben auch bloß ein Gold. Weil der Herr sich ja unbedingt ein Goldschwert machen musste. Ja, und? Lass es mir doch, in meinem Texturpark sieht das Goldschwert total geil aus. Ja, schön, freu' dich. Oh, das ist jetzt, das spielt hier keine Rolle. Und wie heißt das von Honeyball? Spielt hier aber keine Rolle. Was ist das wertvolle Goldverbrauch? Äh, nein. So, der Stone riecht immer noch nicht. Ja, ich hab'n parlere mich. Ah, ähm. Hm, hm. Bock, wieder zu meinen. Also, wenn uns das jetzt nichts zu tun hat, können wir ja auch eine kleine Monde-Expedition machen. Lass mich überlegen Nein Okay Ich hab' ich echt keinen Bock zu Oh Okay bin dann mal oft komme später noch mal on Bibi Ich will auch noch was sagen Oh zu spät Ja Ich will im Kinderhörn Danke auch So Jetzt gebe ich dir auch mal was ins Gesicht Lass mal auf Bist du? Hier nicht Gut Wo wir grad beim Goldschwert sind Komm her Hä? Ist der Kerl? Nein, er hat sich weg teleportiert